Achte auch den Tag über auf deine Emotionen. Wenn du dich mal nicht gut fühlst, hinterfrage es. Woran hast du gerade gedacht? Oder woran denkst du gerade? Unsere Gedanken spiegeln sich immer in unseren Emotionen wieder. Das ist ein einfacher und sehr effektiver Weg, den Tag über darauf zu achten, negative Gedanken in positive zu ändern. Und wenn du magst, dann kannst du auch einfach positive Affirmationen wiederholen, wenn du daran denkst. Konzentriere dich auf das Positive und du wirst dich besser fühlen und mehr Positives in dein Leben ziehen.